...Märkte, die österreichische Hotellerie ist öffentlicher Raum. Erstens, zweitens. Und wenn Sie jetzt mit dem... Und wenn Sie jetzt mit dem... Nein, 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 da muss ich jetzt schon einen... Aber du musst dich ja auch impfen lassen, wenn du in gewisse Länder... Du brauchst ja auch eine Hepatitis-Impfung beispielsweise. Falsch, lieber... Falsch, lieber Niki. Ich muss nicht in diese Länder fahren. Ich muss aber... Ich muss aber... Ich muss aber... Ich muss aber einen Supermarkt besuchen können. Ich muss, wenn ich auf Dienstreise bin, ein Hotel besuchen können und mir nicht ein Wiener Hotelier sagen, Herr Groß, jetzt brauchen Sie einen Testen. Das ist ein privates Unternehmen, da kann er nicht sein, was er will. Das ist pfälliges Interesse. Wenn die Wirte sagen, sie wollen einen ungetesteten und großen Nitrin haben, dann haben die Wirte das Recht, das zu machen. Bevor es dann wieder warnen, es versteht uns ja keiner.